Hallo Messerbegeisterter, ich bin der Sergej von onlineshop.jars-messer.de. Eine kurze Videobeschreibung über ein neues Modell und zwar das ist jetzt ein Klappmesser Falke Jahresmesser. Dieses Messer habe ich Falke genannt. Zwei Möglichkeiten das Ding zu öffnen. Einmal so. Einmal so. So sieht das Ding aus. Das ist jetzt kein kleines Messer, das ist schon ein recht großes Messer. Die einzelnen Daten von diesem Messer können Sie unten in der Beschreibung. Sie kommen direkt in meinen onlineshop und da können Sie die einzelnen Daten einsehen. Auf jeden Fall ist es ein D2 Stahl, was ich hier verbaut habe. Griff hier, das ist aus Mikarta, so schwarze Mikarta. Diese Art der Verarbeitung, ja das ist so Steinverarbeitung, heißt das zumindest in russischen Formen, heißt es so, ja das ist scheint so im Moment so ganz ganz interessant zu sein für die Leute. Genau, ja diesen Clip gibt es hier auch. Wenn Sie sich das so angucken, meine Hand ist 95, ja und ja so wäre 95 und wir haben hier noch mindestens 4 cm, 4-5 cm Platz. So sieht das Ding aus. Ja, das ist angenehm. Das ist natürlich ein Einhandsmesser, ganz klar. Darf nicht einfach so getragen werden, aber für Jagd oder Angeln oder ja für sowas sehr wohl darf das getragen werden. Und genau. Für alle, die sich für ein Klappmesser interessieren, unten ist ein Link, kommen Sie direkt in meinen onlineshop rein und dann können Sie das Ganze nochmal mit hochauflösenden Bildern einsehen. An dieser Stelle sage ich Dankeschön, abonniert meinen Kanal, stellt mal Fragen, wenn ihr Fragen habt, was sagt ihr einfach zu diesem Messer, schreibt mal in den Kommentaren rein. Ich freue mich immer Kommentare zu lesen und auf Wiedersehen. Vielen Dank.